Mein Name ist Udo Leixenring, ich bin Hoteldirektor vom Günevig Hotel Chemnitzer Hof und wir halten sehr, sehr viel von Qualität. Qualität ist extrem wichtig, um Gäste binden zu können, um Gäste zu gewinnen. Nur über Qualität besteht die Möglichkeit, auch langfristig Erfolg in jedem Geschäft zu haben und in der Hotellerie, Gastronomie sowieso, egal ob es nur Speisenqualität ist oder die Qualität der Übernachtung. Es muss einfach stimmen, um der Gast wiederzukommen. Wir sind eben dem Qualitätsmanagement unterworfen und freuen uns darauf, wenn Gäste uns auch ein Feedback zu unserer Qualität geben.